Hallo, ich bin eine alte Socke und das Sockenjubiläum möchte ich mit euch zusammen feiern. Nächsten Montag, den 22. März, zu Hause in meiner Schublade. Ich würde mich freuen, wenn du kommst und ein großes Geschenk mitbringst und auf Socken kommst. Natürlich ist ja schließlich ein Sockengeburtstag. Also, ich erwarte dich nächsten Montag ab 19 Uhr zu Hause in meiner Schublade. Solltest du nicht kommen können, dann melde dich eben ab. Dankeschön und bis nächste Woche. Sollte. 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 Sollte.